Ja, er hat Riesdeck-Szene heute und darf mit uns spielen. Wir werden sehen, ob er heute mit der Mannschaft kommt. Nach dem Training ist noch nicht entschieden. Aber als Spieler hat er fantastisches Potenzial. Er ist schon sehr, sehr gut mit der ersten Mannschaft und es macht Spaß mit ihm zu trainieren.